mein name ist danni und meiner metal mario master ja was ist immer erst mal passiert und was machen wir heute treten sie ein sollten sie eintreten ok du kannst du kannst mich gar nicht treten warum steht die ganzen ritter rüstungen vibriert ist hast du etwa ein ungutes gefühl so nirgends dieser ritter rüstungen die wackelt sehr viel stärker ja ja ein ehrenhaftes duell ok ich dachte mir war nicht irgendwie nehmen wir die ganzen stacheln ja wir können wieder zurückgehen wir sind hier fertig wir haben hier doch alles also müssen wir noch zwei juwelen finden und in der acht etage wo ich weiß wo das juwel ist das achte juw ich und mein deutsch und ich weiß wo das fehlende juwel ist das wollte ich sagen ja ja ist ja gut treten sie verschwinden sie es höher klick ja den ganzen von mir im Leben Prozent 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 und ich hatte nein ich hasse alle blumen ein eimer war schon lange dran aber irgendwie okay ich kenne ich weiß wo der buch ist wir müssen eine tasche höher war schon hier und dann noch nicht aber ich glaube wir müssen noch eine höher ich glaube es war eins höher wir müssen aber noch immer wissen wir haben uns gerade gesehen wo er ebenfalls untergefallen ist da will ich vergessen man muss das ansaue ich habe irgend so macht man springt automatisch zu halten das ist gesehen erwartet alle waren hier was ich war wo die melonen waren nein das ist hier nicht das ist dort wo die melonen waren ja aber das ist so kannst du könntest ja mal das wasser aufbauen da ist durchsichtig doch habe ich doch gerade gesagt wenn wir doch mal zu hier ist der buch da ist der buch ist der buch ist das hier gewagtes tun an den dörren kann man nicht rein das andere schloss wenn ich an ja hier war das ja du musst ja wasser anmachen also ganz knapp verpasst glaube ich ja dann können wir auch dieses stockwerk für immer hinter uns lassen hier rein was zum raum an die bei mir wo ich will rebellen gut da ist es irgendwie irgendwie unter ich sehe da unten gar nichts hier hier loch ja wir haben es geschafft verschwinden wir von hier ja da können wir auch alles vollständig machen nein wir müssen den ganzen richter und deswegen hat sich das heraus verstehst du jetzt warum ich es hasse wenn du mich abgelenkt hast die rebellen ich habe gesehen wie schlechter durchgerannt wird ja haben wir gleich unten Ich wollte jetzt gerade voll angeheben. Ich habe vergessen, dass ich irgendwie Argon oder so. Ich habe mich los und loslassen. Ich habe vergessen, dass ich nichts loslassen muss. ZR, meinst du? Ja. Argon. Kommen wir hier lieber ab und kommen nie wieder hierher. Oh, hi. Ach, gedacht wollte ich. Ja. Na gut. Womit habe ich das denn verdient? Geht's sehr gut? Ja. Okay. Dann kann ich ja weiter rennen. Kannst du noch mal stehen bleiben? Doch. Sollen wir mal lieber ins Filmstudio gehen? Ja. 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 Da können wir allgemein gehen. Machen wir mal hinter uns. Ja. Auch wenn das so 40 Minuten dauert. Und jetzt irgendwie nicht zu glauben. Ja, ich glaube auch nicht. Wir haben... Ich glaube, wir müssen hier einfach viel zu wenig Juwel nur suchen. Ja. Wir wollen hier einfach nur noch einen. Ja. Und hier, weil ich jetzt zum Glück, wo das letzte Juwel ist. Ja. Wir müssen hier noch... Wir müssen hier nur drei Sachen machen. Ja. Folge mir bitte. Ich zeige dir, was jetzt hier ist. Nicht reingehen. Wie soll ich? Weil hier in dem Raum davor das Juwel ist. Oh. 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 Ah. Da ist es. Ah Gott, ne? Oh. Oh. Oho. 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 ist unser film fertig hat ein oscar ausgabe kommt na warte habe ich nicht abgegeben was soll es dass er kommt halt mit in die galerie machen aus dem schönes bild der film verschlammt muss ich auf der buch rechts rechts oben hier ja ich bin producer und action und action 45 39 68 hat als falsche branche ja damit würde ich sagen damit sind wir im filmstudio fertig da finde ich gut das hat nicht so lange dauert dann die operation haben auch so dass denn sonst würde der würde sich melden wenn er was von uns will wahrscheinlich so sollen wir in die etage gehen was machen wir nicht wir gehen erst mal die neunte museum da bin es nur wo der beruf ist nicht mal du bist niemals mal übersetzen können aha wer ist dieser mario ich weiß es nicht folge mir also dem buch hier zu finden das ist ein bisschen schwierig aber das ist mein das meine ich nicht der beruf unter unter irgendeinem dieser bilder drin jetzt müssen wir nur noch herausfinden welches oh ja hier gefunden man haben wir jetzt brühe alt aber natürlich nicht ich bin schickten jungs und na warte wenn wir beim ersten mal nicht gefunden du hast mit dem buch angestellt er wollte uns zum essen das wird und jetzt bringen wir um ja ich habe gesagt ich habe seine seele gefressen um seine städte zu erlangen ja so da das wäre das museum gewesen können wir weitergehen das war das nächste stück wird die pyramiden ich meine ja weiß dass er elfte elfte stock mit meyer welt der wunder ich glaube ich weiß woher das kommt das scheint er bewusst zu sein würde ich jetzt einfach mal so sagen ich meine wna haben wir alle gefunden mal sehen wo der büro ist mich jetzt gerade stehen geblieben wahrscheinlich oder weil ihr geister sind oder Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich greife den hinteren von dir! Dann greife ich den hinteren! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich gehe mal gerne von mir! Oh Gott! Nein! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Oh Gott! Oh Gott! Wow, da hinten kommt noch einer! Da können noch einer! ja das ist dein leben das sind deine deine leben da sind noch zwei karten wie die gucken also ich habe sie sehen sie mann ich glaube wir sollten reingehen wir sollten die uns auch eben stammt damit für dich noch ein paar leben bekommen da hat er getroppt hier sehen die jetz gehört das wollte ich nicht oben ist er ja okay und dann von den dingern hier nicht vielleicht war da ja wie kann es wagen also mir schon das war echt gut ja wie wir können jetzt sind wir müssen die leute klettern dann kommen wir raus musste man eben die umgebung gestorben es sei ruhig die kleinen schlingel was hast du getan lauf 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 und knopf gedrückt ja 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 wow ich hab das auch ja ich hab das nicht ich hab den 3 4 ich habe mich nicht erwischt haben das war knapp ich glaube auch nein 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 soll ich mir wehtun wir haben hier alles sonst wenig noch zwei jubel 1 in der zwölften und noch das andere natürlich noch der buch ich weiß wo das ist ja den schnappen wohns ich gebe ihn aufs maul zeitungen dabei jetzt aufs maul ja 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 warte noch kurz geld einsammeln ja vergessen gewählen und geld einsammeln geld einsammeln was war was du da ich glaube du solltest nicht irgendeine random sprache sprechen 12 knopf wir wissen ja wo das letzte juwel ist wir sagen sagen wir erst das juwlein dann kümmern wir uns um den buch und genauso wie der letzte bei den letzten beiden ja ich kann mich das letzte war es das 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 Ich weiß es. Ja, dann wir sehen jetzt noch mal ein bisschen. So. Wir haben ein Plexomito. Eine Perle. Wie nett. Halt mal den 30. Warte. Wie warte. Ich glaube nicht. Ist nicht hier. Wir sind ganz hinten. Würdest du mal bitte auf mich warten? Nee, war's. Ich weiß nicht. Hey. So, wackeln. Ein wenig. Ich glaube, der ist irgendwo hier. Ja, der ist doch eigentlich nur einer da. Auf einem Schiff. Nee. Der ist auch noch zu dem Gebiet. Nee, der ist nicht bei dem Schiff. Der ist nicht bei dem Schiff. Da. Wo sollen denn hier Objekte sein? Bei dem Schiff, der ist nicht bei dem Schiff. Ich habe es nicht bemerkt. Ich habe es nicht bei dem Schiff. Ich habe es nicht gewonnen. Da bin ich natürlich. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. ja ja okay gehen wir weiter da denke ich ja auch aber wir haben jetzt ja noch ein gewählter noch einen buch zu fangen noch zwei jetzt noch den einen empfittnisbereichen noch den in der disco noch ein gewähl im fitnessbereich haben wir zumindest alle gewählten eingesammelt wenn wir ziehen das jetzt noch durch 13 dann würde ich sagen holen wir uns das juw zuerst was macht dann ja gar nix siehst du aus wie obelix okay der ist im pool aber wir haben wir uns erst mal das juwel das war hier platz ich habe mich verdächtig ich habe mich verdächtig ich glaube der singen ist der vielleicht hier war hier durch oder hier ist ja ich bin die bildung ist echt hat unten eine schule keine kleidung dann können wir im labor noch in die ganzen geister ablegen und an den paar bänden und dann geht ab jetzt 15 der stockwerk das letzte schluck war ja die minuten haben wir schon 33 33 jahre ein paar minuten und überlänge aber ja noch jetzt ein knopf und gerade sind noch dran und so mit der räuber wie soll ich denn wie soll ich dich dann halt nicht ich bestehe aus dem glibber okay oh er ist hier wasser ja da gibt es mir mal meine team oder mein mixtape anhören hast du hierher geflogen jetzt da ist er ja 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 gut dann käme jetzt mal zum labor zurück sagen machen aber ja dann bleiben wir hier am besten stehen und die jetzt labor labor mein gott dann legen wir dann unsere geister ja buchstabiere ja jetzt nicht rassistisch klingt aber die sehen alle genau gleich aus ja in einem postgeist da hätten wir so eine taschenlampe zumal die bewänden aber auch nicht müssen muss einfach gewinnen gehen und dann noch zurück jetzt guckt sich daran an kugeln wie viel edelsteine wir haben ja ja hier ist es so witzig schluckwerke alle alle steine und dann soll ja und da würde ich sagen dann geht es im nächsten Part weiter mit der letzten Etage. Ja. Penthouse ist da, glaube ich, ne. Ja, Penthouse. Gut. Taus, dann bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao. Ciao.